Wir versuchen ja auch mal rauszufinden, was passiert eigentlich zwischenmenschlich, wenn Menschen sich kennenlernen. Und auch da möchte ich vielleicht nochmal hier vorne euch nehmen. Wie heißt du nochmal? Hilde. Hilde mit D. Gut. Hilde und? Heinz, wie lange kennt ihr euch schon? Vier und ein halb Jahre. Das ist gelogen, Hilde. Nein. Tatsächlich? Vier und ein halb Jahre? Wow, okay. Also spätes Glück. Gut. Ihr habt euch vor vier und ein halb Jahren... Sie sehen von hinten jünger aus. Nein. Hilde, viereinhalb Jahre. Wo hast du Heinz kennengelernt? In der Sauna. In der Sauna. Es geht doch noch. Okay. Hilde, was war dein erster Gedanke, als du Heinz in der Sauna... Wie bitte? Wirklich in Spandau? Wirklich? Wir kommen aus der Kiste nicht mehr raus. Okay. Hilde und Heinz auch nicht mehr. So, also, ähm, in der Sauna, in Spandauer Sauna. Wie heißt die Sauna? Wir haben auch in Siemensstadt. Sie heißt, ähm, Sportzentrum Siemensstadt. Sportzentrum Siemensstadt. Wir merken, es klingt schon sinnlich. Gut. Also, Sportzentrum Siemensstadt. Da ist Hilde in der Sauna. Sieht Heinz, Hilde? Was war der erste Gedanke, als du Heinz in der Sauna gesehen hast? Ja. Ja, schau mal. Heinz, was war dein erster Gedanke, als du Hilde in dieser Sauna in Siemensstadt gesehen hast? Ich habe sie gesehen. Ach, nicht gesehen. Sondern? Wie ging es dann weiter? Ihr müsst ja irgendwann Kontakt aufgenommen haben. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Oder klassische Anmachsprüche in der Sauna. Bist du außerhalb der Sauna auch so heiß wie hier drin? Also. Was waren die ersten Worte? Trinken wir Bier. Tatsächlich. Also, du gehst gleich so zur Sache. Ja, es ist das eine Masche gewesen. Sauna Siemensstadt. Immer ein Kerl nach dem anderen trinken wir ein Bier. Kommt. Trinken wir ein Bier. Okay, Heinz. Und was war dein Gedanke, als sie dich ansprach und mit der Einladung aufs Bier kam? Ach, tatsächlich. So einfach sind Spandau Jungs. Ja, wer sie zum Bier einlädt. Okay. Also zum Bier eingeladen. Und wie ging es dann weiter? Wie lange hat es mit diesem ersten Treffen in der Sauna gedauert bis zu einem ersten Kuss? Jetzt wird es gemischt. Aber ihr seid ja Spandau. Und so von der Sauna. Ungefähr vier Wochen, drei Stunden, zwei Wochen. Und was ist in diesen zwei Wochen passiert, Hilde? Nein, ich erzähle dir warum. Ich will eure Geschichte vertonen. Ich möchte jetzt die romantische Ballade von Hilde und Heinz singen. Und dafür brauche ich ein paar Details, weil so ohne geht es nicht. So, und also habt ihr euch nochmal getroffen? Vielleicht zum Essen gegangen, ins Kino gegangen, spazieren gegangen? Spazieren gegangen? Spazieren gegangen? Spazieren gegangen? Und telefoniert? Oder was? Ja? Und was noch außer Spazieren gegangen? Essen gegangen? Mhm. Also waren volle zwei Wochen, kann man schon sagen. Spazieren gehen, essen gehen. Wo wart ihr spazieren? In Spandau. Ja. Was so ein echter Spandauer ist, dessen Welt endet am Theodor-Heuss-Platz. Ja, also. Schematechnisch, sehr vorbildlich. So. Und wo in Spandau? Ich meine, es gibt ja da... Hier zentrieren auf Hilde und... Am Kiesteich. Das gibt es da. Also es ist ein ehemaliger Teich, wo Kies drin war und jetzt alles in Spandau ist künstlich. Gut. Also, im Kiesteich spazieren gegangen und dann essen. Wo wart ihr essen? Piccolo Mondo. Auch ich bin ein Spandauer. Piccolo Mondo. Wunderbar. Und... Okay, und wo habt ihr euch das erste Mal geküsst? Wirklich? Sagt ihr dann doch nochmal zurück zum Kiesteich in allen Orten. Klingt ein bisschen wie ein Tatort. So, also. Dann nochmal an den Kiesteich und am Kiesteich. Was Abend, was tagsüber sank die Sonne? War es romantisch? Oder? Es war romantisch. Die Sonne sank hinterm Spandau-Rathaus. Wie bitte? Die Sonne versankt im Kiesteich. Versankt im Kiesteich. Okay, ein wunderschönes Bild. Gut. Also wie gesagt, wir möchten das jetzt vertonen. Und dafür brauchen wir natürlich nochmal auf dieser Bühne Herrn Banndorf. Herr Banndorf. Herr Banndorf kommt. So. Und wir haben... Ja, was denn? Wer sind die beiden? Hier, Hilde, Heinz. Also eine Oper, wie sie romantisch... Ein Werk, eine Ballade, wie sie romantischer letztlich nicht geht. Und ich versuche noch... Die Eckpunkte wiederhole ich nochmal. Also es geschieht vor etwa viereinhalb Jahren in einer Sauna, dem Sportzentrum Siemens-Stadt. Romantischer Ort. Und dort ist es... Also Hilde, sind Sie da Stammgast? Sind Sie da häufiger im Sportzentrum? Ja, natürlich. Hilde ist sportlich, geht häufiger ins... Heinz, waren Sie häufiger da? Nicht ganz so häufig. Sieht man. Gut, aber... Heinz ist auch da, knackig, sitzt in der Sauna. Hilde sieht Heinz und denkt... Ja, ja, könnte man mal. Heinz sieht Hilde nicht, hat die Augen geschlossen, er schwitzt wie Sau. Und auf einmal spricht ihn jemand an und sagt... Ey, wie wär's mit einem Bier? Heinz öffnet die Augen, er schlägt nie eine Einladung zum Bier aus. Sieht man? Nein. Also er geht mit ihr zusammen raus, sie trinken gemütlich ein Bier. Und dann... Sie tauschen Telefonnummern aus? Oder wie kam es zum... Ja, Telefonnummern, sofort Telefonnummer geholt. Hildes Masche. Und... Sie ruft ihn an. Heinz, sind Sie auch wohnhaft in Spandau? Ja. Ja, also sie ruft ihn an. Die Spandauer kennen sich alle gegenseitig, die haben alle die Nummern. Und... Großes Dorf. Und sie ruft ihn an, sagt Heinz, wie wär's, wollen wir mal spazieren gehen? Haben Sie ihn angerufen oder hat er Sie angerufen? Angerufen, natürlich haben Sie angerufen, Hilde. Ich mag's, wenn Frauen Initiative ergreifen. Also, Hilde hat ihn angerufen und Heinz sagt, ja, spazieren gehen, warum nicht? Und sie sagt, Kiesteich. Und er sagt, Kiesteich, romantisch. Also, das ist... Er kommt hin, Sie sind da, Sie gehen um den Teich rum. Und Hilde denkt, ich muss noch was Exotisches mit... Weil es ganz, ganz Exotisches mit Heinz machen. Und sie ruft ihn an, Heinz, Pico Lomondo. Und Pico Lomondo in der Reichstraße, romantischer geht's in Spandau nicht. Ja, lauter, ausschließlich italienisch sprechende Kellner. Aus Jugoslawien. Nein. Also, sie sind tatsächlich alle aus Italien. Und da ist sie dann im Piccolo Mondo. Und es ist romantisch, ohne Ende. Sie reden miteinander. Und dann gehen sie aber wieder nach Hause. Und Hilde schwitzt schon wieder. Und sagt, Mensch, was können wir denn auch machen? Und dann sagt sie, Mensch, komm doch noch mal zum Kiesteich. Und sie treffen sich ein zweites Mal am Kiesteich. Total romantisch ist es natürlich. Und die Sonne versinkt hinterm Rathaus romantisch in den Kiesteich hinein. Heinz beugt sich zu den leicht geöffneten Lippen von Hilde vor. Und ein allererster romantischer Spandauer Kuss. So kann ich mir das vorstellen. Okay. Meine Damen und Herren, the story of Hilde and Heinz. Es war im Sommer 2015, Als Hilde zum letzten Mal ein Single war. Und der Sommer war ihr noch nicht heiß genug. Sie dachte, nein, ich brauch was, wo man nix mehr trug. Und dann geht sie rein. Und das war nicht dumm. In der Sauna vom Siemens-Stadt-Sportzentrum. Da sitzt sie da. Auf einmal wird ihr klar. Der da oder keins. Heinz. Heinz. Doch Heinz hat die Augen geschlossen. Er ist innerlich verschlossen. Er sieht nichts. Spürt nur seinen Schweiß. Und Hilde wird heiß. Und immer heißer. Und sie sagt, was sag ich jetzt, das nett ist oder nicer. Sie spricht ihn an. Und sagt, bist du raus hier? Bist ein kühles Bier? Und Heinz sagt zu Bier, sag ich nie mehr oder keins. Er geht raus zum Bier. Sie trinken's hier. Sie kriegt ihn noch nicht rum. Im Siemens-Stadt-Sportzentrum. Berlin, du Drecksloch an der Spree. Dich regiert seit Jahren die SPD. Und kriegst du nie den BER. Und Tegel gibt's bald auch nicht mehr. Drum, Heinz, wenn du die Hilde liebst, am besten diesen Rat ihr gibst. Hast du genug von Dreck und Moda? Komm, zieh mit mir nach Frankfurt, oder? Nachher kommt noch was Versöhnliches. Doch Hilde, diese scharfe Frau, bleibt in Spandau. Sie ruft Heinz an und sagt, magst du spazieren gehen? Da wird Heinz weich. Geht mit ihr an den Kisteich. Da gehen sie rum. Besser als das Sportzentrum. Und ein paar Tage später zieht Hilde wie am laufenden Meter. Und sie sagt, komm mit mir zum Spandauer Rondo. Komm mit mir zum Piccolo Mondo in der Reichstraße. Komm mit mir dahin, da schwindet Heinz fast der Sinn. Bei Trüffelpasta. Kommt man sich näher und auch langsam wird der Heinz zum echten Hilde-Versteher. Und er sagt, komm Hilde, jetzt koch mich richtig weich und führ mich noch ein letztes Mal zum Kies-Kies-Teich. Da sieht man diesen Mann da sieht man diese Frau im Kies-Teich inmitten in Spandau Die Sonne versinkt hinterm Rathaus Der ICE ist mal wieder verspätet und langsam wird es Nacht Und da hat der Heinz Hilde umarmt Da ist der Heinz richtig erwacht Da springt er über alle Spandauer Klippen und trifft mit seinem Mund mitten auf Hildes Lippen Berlin ist eine schöne Stadt Wenn man Paris noch nie gesehen hat Ägypten schickte Gott die Plagen Für sowas haben wir Friedrichshagen Meier lebt sein Leben im Plus Na und ich begleit den ganzen Stuss Heinz, obwohl er gar nicht muss gibt Hilde jetzt nen dicken Kuss Meier lebt sein Leben im Plus und ich begleit den ganzen Stuss Und Heinz, obwohl er gar nicht muss Und Hilde jetzt nen fetten Kuss Hilde und Heinz, euer Applaus 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 Vielen Dank.